Auch ein frischer Bart, er sieht aus, als hätte er sich so scharmalig an die Backe geklebt, ey. Das sieht echt so aus, ja. Danke, Reward. Ja, Blueprint, Electrocute. Yeah. I love you, dude. Blueprint, Blueprint. Blueprint, Blueprint. Ah, ein Zombie. Oh. Ich hab die Tür aufgehämmert. Ups. Was ist das denn passiert, Mann? Ich hab zu viel Kraft so, Ko, Mann. Ich wollte die eigentlich nur aufmachen, Alter. Wie er so voll traurig in den Fernseher schaut, Mann. In so'n, in so'n, in so'n, in so'n Störsik. Ich gucke mir das schon drei Stunden an. Eigentlich wollte ich die Kardashians gucken, aber... Ich hatte gehofft, dass es kein Empfang. Das Dschungelcamp wurde abgesetzt. Scheiße. Ja. Leben hat einfach keinen Zweck mehr. Ich werd' nicht erfahren, wer im Dschungelcamp gewonnen hat. Ja, das ist echt kein. Ja, ich brauch' auf jeden Fall Waffen. Ich hab' alles weggegeben, was ich hatte. Boah, du bist so ein guter. Du bist wie Jesus. So kurz wie Jesus. Ja. Scheiße, Mann. Man gibt einfach alles weg, Mann. Und ist verhungert dann. Finde ich cool von dir. Du bist so schön. So ein schöner Mensch. Guter Mensch. Ja. Ein schöner Mensch. So ein schöner Mensch. Oh shit, irgendwas explodiert. Aber wo kriegt man die besten Waffen so? Wollenautos. Echt? Die allerbesten? Oder Hartkisten, ja. Oh, ok. Schneller. Oder Hartkisten. Hartkisten, ja. Das sind so kleine Hartkisten. mit Hartkisten. Mit so... Toupets sind so drin. Toupets sind so drin. Ja. Ein rothaariges, schulternlanges. Fett. 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 Ich würd gern mal so ne Statistik lesen, wie oft in meinem Leben schon jemand in Essen, das ich gegessen hab, jemand reingerotzt hat. Oh, bestimmt schon ein paar Mal. Ja, bestimmt schon ein paar Mal und man weiß es halt nicht, Mann. Also einmal ich auf jeden Fall. Haha, ok. Fett. Ok. Alles klar. Geil, wie der aufgestanden ist. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hier ist noch ein Kühlschrank. Ok, ich hab hier ein Schloss geöffnet, also. Mit, ähm, Kosmetika auf. Oh, perfekt, Mann. Das brauchen wir. Oh, endlich kann ich mal wieder nen schönen Kajal auftragen, ey. Richtig geil. Tja, hier muss irgendwo noch ne Kiste sein. Ja, eben. Ich weiß auch nicht, ey. Was ich überlegt hab, vielleicht ist die, guck mal, man kann oben unter die Decke da so vielleicht. Ah. Ja. Ne, ich glaub doch nicht. Doch, das würde aber irgendwie Sinn machen, wenn man hier so. Hier. Oh ne. Nein, guck mal, wie nah die Decke, wie eng die da oben ist. Ich glaub nicht, dass man da laufen kann und nicht mal kriechen. Nein, das ist zu... Hm. Es sei denn... Man könnte sagen, es ist nur Dekoration. Haha. Dekoration. Hashtag flacher Freitag. Mega deep, Mann. Ja, es war super deep, Mann. Hammer-Joke, ey. Ich lebe aber einfach mal rein und mach meinen Scheiß mit der Hand, ey. So wirst du schon gesagt. Soko macht alles mit der Hand. Hahaha. Hahaha. Ey Misty, seid für unten. Ey, guck mal, ey. Kannst du mir den Rücken einölen? Hahaha. Nimm doch mal bitte hier das Hagebutten-Ding, ey. Reib mir mal den Rücken mit Hagebutte ein. Mit Kamillen-Paste. Oh, guck mal, der Typ ist schwanger. Guck mal her. Geh. Oh, ja, stimmt. Oh, guck mal, er reibt den Bauch. Oh, Mann, Dude, ey. Wie ist das passiert, Alter? Bald ist das so weit. Wir sind in der Zombie-Apokalypse, aber Bro. Hahaha. It's just wrong. It's just wrong, Mann. It's so wrong, ey. Oh, ich hab so viel Braten gegessen. Ey, warte, warte. Drück nicht, Zed. Drück nicht, Zed. Ja, du tanzt drauf rum. Der Typ sieht aus wie Tim Cook, Mann. Ja, und ich halt. Du springst auf seine Schultern. Steh ich auf ihn drauf, Mann? Ja, du tanzt. Also einigermaßen, ja. Du hast so einen irrischen Tanz aufgenommen. Jetzt steh ich auf ihn drauf, Mann, warte. Und Sir, jetzt rufe ich hier V... Guck mal, Kai. Der Kleine malt, Alter, schau dir das mal an. Oh, ist doch schön. Was ist denn das? Ein Hackelkreuz. Boah, hier malt eine Hand an, ey. Deutscher Panzer! Was? Wer malt die Wand an? Seine Mädchen malt die Wand an, ey. Jo, ich sag mal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wow, 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 wow. Hier, check mal das. Komm, schnell, 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 schnell. Guck mal. Was, was? Anarchie! Woher kennst du das Schwert? Kennst du das Schwert? Was ist das? He-Man? Nee. Nee. Das ist das von Link aus Zelda. Nee, ist es? Ja. Ach, komm. Doch. Das habe ich auch in einem Easter Egg-Video gesehen, Mann. Mach keine Sachen. Das ist das Link-Schwert? Das ist das, was Link bekommen kann, wenn er da eine Quest macht. Können wir das dem Kleinen abnehmen? Aus dem alten Zelda. Können wir das dem Kleinen abnehmen? Gib mir das Schwert! Ich nehme lieber dieses Richtige. Wenn du das Richtige bekommst, gib mir das Plastik-Schwert. Ja, ich gebe dir dieses 800 Schaden. So schwer. Dafür nehme ich sein Plastik-Schwert, Mann. So, check meinen Stein, Mann. Warte, vielleicht können wir die auch stapeln. Wie Minecraft. Okay, nice, ja. Lass die mal schön fein säuber stapeln, Mann. Das geht nicht, Mann. Oh, shit. Oh, ich bin durch die Map geglitscht. Ich fall nach unten. Ich schwör's dir, Alter. Oh, Alter, okay, ich bin tot. Wo bist du nur rausgeglitscht? Aus der Wand? Ja, ich habe die Steine voll... Ja, durch die Wand und dann irgendwie durch den Boden. Okay, weird. Ich habe die Steine gestorben. Ich habe, glaube ich, zwei Steine mit in den Tod gerissen mit mir. Ey, du schmeißt... Du machst das immer kaputt, Mann. Du musst sie so stapeln. Ja. Oh, Mann! Das geht einfach nicht. Indie-Game. Ich glaube, man muss die Ecke treffen, Mann. Oh, ja, nice. Ja, stimmt. Mann, du hast sie echt drauf, ey. Ja. Nicht schlecht. Steine stapeln ist mein Ding, Alter. Auf jeden Fall. Wow, nice. Extrem gut, Mann. So könnte man ein ganzes Haus bauen. Ordnung muss sein. Auf jeden Fall. Sieht aus wie Johnny Knoxville, Mann. Ja, das stimmt, Mann. Das ist echt wahr. Sieht aus wie Willy Tenner von Alf, Mann. Vor seiner Cracker, Mann. Ja, ohne Scheiß. Ja, okay, ich bin da. Ich sehe es. Wow, Alter. Hast du es gesehen? Naja, das waren bestimmt zehn Stück mit einem Schlag, Mann. Nice. Das ist schon geil, Mann. Ich muss aufstehen, mein Freund. Das ist alles. Okay, warte, warte. Jetzt werfe ich da ein Dynamit rein, Mann. Hier, in die... Da, wo ich drinstehe. Nee, nee, nee. Nein, jetzt habe ich irgendwie so einen Müll aufgehoben. Nice. Alter, Mann, das viel. In was hast du denn das gebraucht? Guck mich nicht so an, als würdest du mir einen Kuss geben, Alter. Ja. Voll verliebt, der alte Mann, ey. Wir alle brauchen Liebe in solchen schwierigen Zeiten, verstehst du, Crane? Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen doch zusammenhalten. Lass mich die Tür abschließen. Oh, je. Kann ich... Ah, jetzt. Ups. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, nee, hab ich ja nicht. Von gerotzen, Mann. Ja, ja, mich auch. Du bist ein Drecksau. Was? Was? Bild ist bitter. Done. Lol. Die fetteste Competition ever, Mann. Keine Competition, Alter. Oh, Gott. What the fuck? Was war das für eine, Mann? Ah, okay. Verwege ich mich mit, wenn er... Nee, leider nicht. Er zieht es, Mann, unter deinen Füßen weg. Mysteriös. Nice. Okay, dive, dive. Schmeckt in den Schmodder rein, ey. Ja, Mann. Hm, schmeckt wie Pisse. Woher weiß ich, wie Pisse schmeckt? Man weiß es nicht, Mann. Was ist denn, Alter? Habe ich mich selbst verraten jetzt gerade, ne? Hast du dich wohl verraten, Mann. Ja, shit. Naja. Aber in den Zeiten weiß man halt, wie Pisse schmeckt, Alter. Ja, das ist es, Mann. Man ist durch dick und dünn gegangen. Ist wie in Waterworld. Kevin Costner weiß, wie Pisse schmeckt, Mann. Ja. Was ist mir Eingang zu dem, bitte hier? Ja, natürlich unten. Ground Level, Bro. Ja, eben nicht Ground Level, Mann. Deine Mutter ist Ground Level, Mann. Ha, 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 ha. Das ist der Absparn, ey. Das ist der Absparn, ey. Das ist der Absparn, ey. All right. Oh, okay. Ah, cool, zwei sexy Lesben. Ja, irgendwas ist mit ihrem linken Auge kaputt. Ja, die hat versucht, sich ihr Gesicht wegzubrotzeln. Zu viel mehr. Zu viel mehr. Zu tief in die Fritteuse geschaut. Ja, also, sind die Pommes fertig. Scheiße, es ist heiß. eline. Oh, okay. vital. fuckingitzel. bordetIntense. wield. ھی力. Wis. auf멈ig. seid. Wieitz. ihn... Was. ips. takeaway.